und ging doch nicht nach vorne Schien und Schiener Mann o die Lala Gala weil ich was so ganz kurz die aufmerksam werden was die mitgebenen so auf die Eier und um das gleich wird an der Anziehung ein Jahr ein Jahr damit die was zur Hölle ist los mit ihr ich nehme diese Läge ist gerade so extremst Alta und erzeugt man mit oben in die Kronkor ich bin noch japanisch auf oder chinesisch oder so als zu gehen ich bin auch wieder da mit einig auch Kishi wir nehmen auf ja cool läuft äh ich legt kenne ich nicht so schön ja definitiv nicht wie kriegt man den Mod wieder raus welchen Mod diesen Opti OptiFine soll das Spiel eigentlich flüssiger laufen lassen ja macht es aber nicht doch eigentlich schon ja gestern hat es gut funktioniert ohne OptiFine wirst du keine FPS haben ok dann lass ich das mit dem rausnehmen lieber das ist eine gute Idee vielleicht macht diese Mod das Spiel aber trotzdem auch langsamer kann ja sein mein PC ist schon so schlecht du kannst einfach wenn du das Spiel startest schlappen musst du ja auswählen das Moment mal ähm das Profil ja und dann musst du einfach mal nicht auf Modler Profil gehen dann gehst du einfach auf das stammene Profil cool also ich denke mal dass auch so geht ich hab's nicht probiert aber ok ja was ich hab jetzt wieder englisch reingemacht und nehmen das gerade alles auf das ist doch schön weil China ist doch ein bisschen sehr anstrengend oder japanisch und ich kann nicht auswählen oder irgendeine Tinkt- und China-Sprache halt China fahren der 350 nur den mit Leis nur den mit Leis 350 China fahren der mit Nudeln wir sind nicht was so süß äh Jörg sollen hier in Diamanten sein oder das ist einfach nur so Kiko Alapes vom Bild jetzt wirklich kein Timer gestellt ich stimme kurz ein Timer die sind hier am Ende von der Zeit Prozent nicht weitergegangen ach nee das sah nur so aus es war nur ein Anzeigefehler gerade hat sich schon mal Termine den Salo sind um die manchmal werden da wird bei mir als Prozent und ich hab'n Timer super seid ihr alle schon im Bett? ähm ne bist du im Bett? gut sagt man, wenn du im Bett bist ich stell' grad was bei den äh Video-Settings und mit Jana sind ja auch noch im Server oh ach nö Maywatch, AP-Phil und One-Games wo hattest du dieses äh Smooth Rendering? äh bei ich kann ja nicht gucken, muss das mal zu Haus rein? halt auch mal auch mal wieder wow Kishi! du hast ja unstandards gehen, ich bin nicht der Einzige ja ich schlau das gehen, ich bin nicht der Einzige 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 nein du hast ne Eisenrüstige ja du bist Batman du hast einen Pfeil im Knie aber ich bin Batman nach die ok, halt schlafen oh jo geil hm jo 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 oh 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 was macht der da? blablabla blablabla ja holz wie viele Leute sind ich, man? hm 6 glaub ich jetzt yeah one game also mein Partgeld ist noch äh circa 3 Minuten sagen wir viel ich hab's übrigens mit Aufnahme 60 FPS durchgehend das war vorhin los ja keine Ahnung ob die Fall ist welcher Jörg wieso penst du nicht unten? wir haben kein viertes Bett wir haben genug äh Sachen für ein viertes Bett ja aber ich will jetzt kurz bauen ich hol kurz weiter Frau Leider, Kishi, du musst es übrigens ähm den ganzen Tag zocken und aufnehmen wir haben schon 14 Parts äh worauf hast du die Sachen hingepackt? war schon bei Woll und Farbe nachdem ich mit euch aufnehme werde ich euch nicht einholen in Sachen Parts ja du musst doch, du wirst doch alleine aufnehmen ja die ganze Nacht durch und den nächsten Tag auch noch ja ich hab übrigens schon zwei Parts oben jetzt ja ich hab's gesehen, ich hab hier nur ein bisschen reinkommen hast du auch zwei Parts schon veröffentlicht? ja für die du hast gesagt ich soll den zweiten Part heute stimmt, ist ok, ist ok, sorry mein Fehler ich hab ihn aber heute Nacht äh ich weiß so ich setze mich auf der PC ich merke das hochgeladen ist dann sehe ich aber keine auf Privatstellen ich hab das voll in einem Tunnelblick übersehen und dann sehe ich da nur veröffentlicht und drück einfach drauf könnt jetzt bitte einfach mal ins Bett gehen ich schaue hier ja, Monster ist gerade in der Nähe ich schlaue hier 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 was zum ja Moment mal, ich bin gleich noch zwei Minuten mehr auf euch ich hab ja kurz eurem Cuts gemacht wegen den Einstellungen ja wie durfte ich eigentlich nicht cutten aber das was soll ich machen? ja also cutten und Aufnahmen pausieren ist was anderes wir haben auch bisher noch nie gecuttet nein never ever ich will mir jetzt nur was wagen und ich mach jetzt übrigens das Dach wieder weiter und Kirchir keine Aufgabe Kirchir, niemals dieses Schaf anfassen wenn du dieses Schaf auch nur einmal berührst ich werd dich aufschlinzen ja, ich dich auch ich werd dieses Schaf nicht berühren das Schaf heißt Tampon Tampon ich hab nur noch keinen kein Nametag gefunden oder gekauft den kann man auch bei Willager kaufen aber wir haben ja keine Willager dankeschön leider so, jetzt brauche ich anderes Holz und ich hab keine Aufgabe oder kannst du den äh Du kannst mir den Arsch jucken hier, warte hier, Jörg äh, hier einer von euch ja, so ist besser ja, so ist besser oh, oh ja, geil oh, danke, das hat geholfen ja, da pack ich mal zu äh, verschiedenes mach das mal, du kannst doch sonst zu Baumachreal einpacken ähm, ich setze hier erstmal ein bisschen meine Taschen aus ich hab nicht so viel Scheiße dabei ey, ich mach mal Diabanschwert falls das okay für euch ist was? Stein, hier ich mach mal Diabanschwert Müllschlocker ja, juckt mich nicht ja, Kirchir, das war eigentlich geplant, dass es dein Haus wird aber hab ich eigentlich alle Diamanten ne, ich hab nicht mehr alle Diamanten, okay ähm, die hast du noch? zwei, die hast du noch, okay wir haben äh, 19 Diamanten in der Kiste wir haben äh, 20 Diamanten in der Kiste wir haben äh, 20 Diamanten in der Kiste wie viel? 27 scheiße, man hat ja viele ähm, dann brauch ich auch mal zwei dann brauch ich auch mal ein Diamantschwert ja, gib Kirche am besten ein Kirche, Kirche mach du dir erstmal Eisensachen ja ja, okay weil wenn du noch keine Rüstung hast, äh das ist irgendwie scheiße weil wir spielen auf Hard übrigens wir sind übrigens nicht ersucht oooh ja, wussten wir auch nicht und wir verhungern übrigens dann auch rotten aufholen ich bin immer noch angepisst davon, dass man ich bin mein Timer, aber ich muss aber noch sagen, wie viel weiter die FPS facken ab jetzt wird geht's ja, ich meine, hallo, selbst bei mir facken die FPS ab selbst bei dir hast du jetzt einen 9 PC schon? nein eben ich weiß aber sonst ging's ja immer ähm so was denn ja viel Scheiße dabei ich will jetzt erstmal alles loswerden oh, wie ihr alle davor steht ja wo soll ich den Tisch gegenüber des Metaportals, oder? na, ich würde den Tisch in, äh, äh den würde ich, glaub ich, in meinen Geheimversteck packen, was nicht geheim ist was nicht geheim ist den Verserberstisch ach so äh, komm mit dir, okay, wir bauen da gleich noch was hin so, das sind ja alles Awkward Plains das sind Awkward Stairs äh, ich hab jetzt Awkward Stairs äh, ich hab jetzt Awkward dabei dieses Dark Awkward habt ihr davon noch was? nein, ne? haben wir das schon angepflanzt? so, und dann können wir hier noch einen Raum haben, also kannst du ihn erstmal hier irgendwo hinstellen und dann baue ich das hier noch später aus, also am besten gib ein Stück weiter rein ja, so geht's auch ja, so geht's auch und dann bauen wir hier eine Bibliotheke, also ne geheime, okay? ne geheime, höh, höh ja, geheim, geheim die muss ich mitnehmen den Dirt brauche ich auch, das Awkward könnte ich noch wegpacken danke sehr freundlich ich hab nichts mehr von Dark Awkward, ne? nein, Dark Awkward, ne? ja, Kishi macht ja am besten mal ne Eisen... haben wir genug? ja, wir haben, wir haben viel zu viel Eisen sogar ja, ich hab mir schon ne Eisenrüstung gemacht ach so, ohne zu fragen hä, du hast doch gesagt, er soll sich Eisen Sachen machen ne, du hast mich 50 mal dazu aufgefordert, jo! jo! ich weiß doch jo! ne man kann ja eh nichts außer den Dingern zu machen ja, wir können aber jetzt nicht weiter hier nach da ausbauen ja? warte's mit mir ich wollt grad sagen, lefischi hast du, aber ich bin ja lefischi ähm Jörg, würdest du mir bitte erzählen, ob du die Septings schon angebaut hast? oder ob die in der Septings Kiste liegen? nein! nein! ja! was soll ich, dass du meintest mich? was? weil ich Freddy White bin aber Breaking Bad guck ich auch ähm, wie baut man jetzt Bücher? Bücher, ein Leder, zwei Seiten, wenn mich nicht alles täuscht beste Serie ja, mit Walking Dead haben wir wohl sie gestern uns bei mir empfohlen ja, mit Walking Dead das hab ich eigentlich garotten in meinem Inventar hat dir Jörg gegeben cool weil das ist ein netter Mensch und Wassermelonen, ganz viele Wassermelonen, dürfte dir doch gefallen, Freddy ich hab ich hab auch 49 Wassermelonen und das ist unsere Hauptnahrungsquelle eigentlich ja, leider cool ah das ist dann scheint ziemlich schwarz ähm was wollte ich nochmal machen? was wollte ich nochmal machen? ich hab übrigens immer noch keinen schwarzen Skin ne, ich hab erst noch vergessen, was ich machen wollte also ja, ich muss auch gleich den Part beenden, ich wollte Bücher bauen von mir gehts nur ein Augenblick ich weiß aber nicht wie lange mein Time hat klingelt dann ja, ich gehs noch kurz ich hab vergessen, was ich machen wollte, egal ich leg das Eisen wieder zurück oh, 5 FPS, oh geil ich hab auch grad nur 12, ich weiß aber nicht warum gestern hab ich... ich hab 5 5 5 und das nimmst du auf? ja ich wette, dein Part kriegt trotzdem mehr Aufrufer als jeder von uns ist doch so ja außer die von Jörg, weil Jörg, äh, nimmt nicht auf und deshalb ist er auf unendlich auf also schwein das war falsch ich mein, ich hab sogar meine Render Distanz nur auf äh, nichts ja, ich auch auf einfach nichts so, dann würd ich sagen, ich hoffe der Part euch gefallen, Leute äh, ich weiß nicht, ich glaub ich nehm es erstmal nicht auf die anderen beiden nehmen ja auf, also bis dann, haut rein Leute und tschüss ja, ich muss euch verabschieden tschüss, 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 und reingehauen so, ja, Aufnahme beendet ach, ist das schwierig, Alter, ich hasse es ich hab meinen Part auch mit beendet wieso hast du deinen beendet? ja, wegen der Aufnahme wegen, äh, wegen der FPS mein ich ich hab übrigens grad übertrieben genießt hat man nicht gehört ich hab, ich bin gesprungen und meine FPS sind mit hochgesprungen auf 23 geil, und ich sterbe grad, weil ich da unten vom Haus falle nicht gut wir mach jetzt einfach noch die weiteren Part das hier ist dann jetzt einfach Part 2 Aua, wieso kann ich von Treppen runterfallen, wenn ich genug bin? hat jemand von euch was zu essen für mich? Ich hab nur noch zwei Melonen wer hat aufgeleckt? hm, niemand doch, Kishi, Kishi ist hinterher weg Spaß ne, Kishi ist hinterher weg er konnte mir grade Melonen hinkacken ja, wahrscheinlich ist einfach nur ein paar... ja, ist ja noch da ja, irgendwie plötzlich, geil, Pum Pum trifft ziemlich genau, ja ich hab keine Aufgabe ich hab einfach mal hin und her ähm, du kannst mal ein Sklave sein ja, wir haben jetzt eigentlich für dich gehabt, dass du der Untergebene von Jörg bist ja, genau aber ich dachte, Minenarbeit könnte dir gefallen Minenarbeit könnte, ja mach einfach, was Jörg dir sagt Jörg ist ein guter ich weiß nicht mal, wo Jörg ist wir brauchen Leder Leder ja, ich hab ja alle Kühe schon gefüttert ich bin jetzt dabei, ähm, Leder zu züchten ach, jetzt weiß ich wieder was ich mir vorhin machen wollte was soll das? richtig Jörg? was soll das? äh, man braucht drei Bücher für ein Bücherregal, oder? ja ne, sechs glaub ich drei oder sechs, da bin ich mir nicht sicher boah ey, ich hab echt null erfährt ja, ich kann maximal, äh, für, ähm, den Verzauberstisch benutzen warte mal zwei, vier sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn, achtzehn, zwanzig, 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 glaub ich ja, zwei Bücher ja, okay, dann, äh so, was wollte ich jetzt grad machen ach ja, das Dach ist fertig äh, wie sieht das Dach aus? mit dem Holz eindeutig geiler hm, man hat einen gewissen Stil ich bin ins Wasser gefallen ja hab ich grad nein, hab ich nicht, schade ich brauch das hier erstmal alles was raus raus ich bin der beste Jump'n'Run Künstler in Minecraft ja bin ich der zweitbeste wer von euch, äh, nehmt ihr beide euch grad auf? ja also okay, das ist ja gut ich find schön, wenn du immer keine Einleitung machst was? ich find's schön, wenn du immer keine Einleitung machst ja, schon, ne? habt ihr eigentlich alle schon, ähm, Eisen-Werkzeuge? ne, ich hab nur ne Eisenschwerter, also Werkzeuge für dich lohnt sich jetzt nicht so ne, ich hab nur ne Pickaxe aus Eisen, weil die ein Zombie gedroppt hat ja, ich hab nur, die haben einen Pickaxe gemacht wo ist die Mine überhaupt hier? da oben, das, komm mal ja, wo bist du? ich bin hier unten irgendwo mit 5 FPS am Wasser? äh, bei den Tieren komplett falsch warum baust du das alles weg? warte, ich such dich gerade hier hier ich seh dich schon guck mal mit entschuldigung, ich spritt jetzt auf alt wie kann man eigentlich in Optifine zoomen? äh, mit Steuerung du musst rennen umlegen auf ne andere Taste ich renn sowieso immer mit, äh, W äh, mit W weh. Übrigens, da muss noch die Mine von Stadt 3 stehen. Ich dachte im ersten Moment da unten wäre Wasser, da wurde bei mir blau angezeigt. Ja, weil das Werfer so ein bisschen manchmal barkt. Was? Beste Server, echte. Haben wir auch erst durchsens eine Million Mal gesagt. Wird übrigens gerade abends. Ich weiß. Also Kirche wieder hochkommen, da steht ein Bett. Unten steht ein Bett. Ihr solltet euch vielleicht zwei Betten machen. Ja. Kurz mal ein Diamantschwert machen. Das Beste ist, wenn man weiß, dass man nicht aufnehmen, muss man andere Leute aufnehmen. Nimmst du grad nicht auf? Kann man einfach alles machen. Was? Nimmst du grad nicht auf? Nee, wieso dann? Ich hab jetzt ein Diamantschwert und ich benutze es nicht. Ich mein, es ist eigentlich auch irgendwie, wenn ich jetzt zum Beispiel nichts richtig Sinnvolles mache, also nichts Spannendes, ich mach ja eigentlich nur gerade, ich baue ein bisschen was mit Holz. Aha, jetzt hast du mein Schwert am Sack. Oh, hei, da schweben Flach. Aha, cool. Es ist weg. Es wird alles hier nachgelacht. Innen gehen, Freunde. Ja, ich bin grad bei. Die Welt spawnt so langsam. Was zu bauen? Ja, ja, schlafen. Achso, die anderen sind ja auch noch und ich vergesse die jedes Mal. Ich auch. Sieben FPS irgendwas bedienen. Hinlegen. Jedes verdammte Mal. Irgendwie mal ein Zeichen des Projekts. Oh, fuck. Ach, ich bin so müde. Wie heißt das Projekt nochmal? Megamine? Minecraft Megamine. Minecraft Megamine. Minecraft Megamine. MMM. Ja, du, wie wiss ich, du wirst es nicht. Ich muss es mir erst mal merken, ich habe es tausendmal falsch gesagt. Einmal oder zweimal. Hast du eigentlich... Ich dachte mir, jetzt ist es so wie Minecraft Multimino oder so. Ja, genau. Hast du jetzt eigentlich deine Map mit Freddy? Ne, meine Minimap muss ich nicht raus machen. Nein, ich meine deine Map. Ja, die habe ich. Wie viel ist die schon? Äh, Karte 3 statt. Oh! Ja, deine Karte, als ich die neu gemacht habe, war die auch schon Karte 4. Ja, jetzt ist die Karte 12. Ja, aber... Ich verstehe nicht irgendwie, wie das funktioniert. Du musst hier einfach nur rum. Also fange ich einfach mal an, irgendwo zu minen. Hier unten. Nein, du machst es genauso wie Jörg es dir sagt, okay? Jörg, sag was. Das dauert immer einen Augenblick, weil er schreiben muss. Okay. Du kannst natürlich auch ein Headset kaufen, Kirschi. Hier weiter meinen? Okay. Ich habe kein Geld für Headset. Und du machst das genauso, wie er das macht, weil das ist der effektivste Weg zu meinen. Okay. Das ist aber zum Aufnehmen scheiße. Das ist einfach ein geraden Strich durch. Ja, aber weißt du, du machst einen geraden Strich durch und den so hoch wie er. Und dann halt nebenbei, weißt du, immer so zwei freilassen. Also Tunnel, zwei freilassen, also nichts machen und dann wieder einen Tunnel machen. Wer hat zum Teufel das Ganze auch gut geklaut? Oh Gott habe ich nicht. Ich baue hier was ab und ich baue es direkt wieder. Wer hat das Gras weggeraucht? Der Bimbo. Was? Na Freddy? Ja. Wer hat das Gras weggeraucht? Der Bimbo. Fahrlehrer-Flop. Zu gut, Alter. Ja, wie weit muss der Verzauberstisch an den Büchern dran sein? Ähm, zwei glaube ich. Was? Zwei? Wieso? Weil ich habe jetzt so einen Raum passt besser, wenn ich hier jetzt, äh, drei mache. Ich weiß nicht, guck einfach nach. Eine Reihe Abstand, was zur Hölle. Du musst den ja da platzieren, leider. Wo bist du denn? In deiner kleinen Geheimhöhle? Jo. Kommt man da übers Feld hin? Man kommt ja kaum auf das Feld rauf. Danke, man kommt da übrigens nicht übers Feld hin. Ach, über das Feld kommt man hin. Ach, ich habe ja gar keine... Ja, hier könnt ihr auch noch einen Power rein schauen. Machs mal bitte. Bestes Versteck der Welt. Sieht aber ganz lustig aus. Ich finde das passt ja. Erste FVS-Zahl der Welt. Ah, Mofenskugel. Ist gut. Oh, wir haben schon gebratete Kartoffeln. Also, Koffen-Kartoffeln. Pack ich mal hier rein. Ich habe irgendein Holz mit? Ne, hab ich nicht. Nice. Ähm, du kannst ja auch in den Bodenbücher Regale machen. Die sehen ja aus wie Standardholz. Ja. Warte. Okay. Ah, danke. Ach, du sollst warten. Okay. Ja. Sorry, dass ich mich angesprochen gefühlt habe. Ich kann auch gerne warten. Und mein Paar ist zu Ende. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ähm, machts gut Leute. Tschüss. Tschüss. Ciao.